Herzlich Willkommen, einem Nachmittag mit Chansons von Hildegard Knef. Der alte Wolf heult nur noch moll. Er hat von hier und da und doch die Schnauze voll. Mit 15 hatte ich eine Idee, ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Wo einmal Licht war, gab's auch ein Dunkel. Was haben Menschen daraus gemacht? Man könnte ja auch sagen, das Rechnen fängt mit der Liebe an. Der Mensch an sich ist einsam und bleibt verlassen zurück. Sucht man sich nicht gemeinsam ein kleines Stück von ihm. Lola und Johnny, sie waren toll in einander verliebt. Schworen sich je wir treuer, bei allem was es nur gibt. Er war ihr Mann, doch treu war er nicht. Mit 16 sagte ich still, ich will. Will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts. Die Sünderin wurde übrigens von der katholischen Kirche aufs Heftigste bekämpft. In Köln und Düsseldorf warfen die Gläubigen Stinkbomben in die Kinos. Berlin, mein Gemüt, kriegt Kinderaugen und mein Puls geht viel zu schnell. Nimmst du mich voller Selbstvertrauen an dein verknautschtes Bärenfilm? Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und Feierabend vorm Aufstehen sagen. Ich möchte ganz sorglos verreisen können und Erzeile wie meinen Garten kennen. Ich will.